Job-Ads sind tot. Warum niemand deine Stellenanzeigen liest, verrät uns heute Christian Lepsin, der Geschäftsführer der ATV GmbH. Christian, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich freue mich auch, dass ich hier bin, Claudia. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und unser Gespräch wird super spannend für unsere ZuschauerInnen. Es geht um ein riesengroßes Hot Topic, um den Fachkräftemangel. Du bist Experte und hier steigen wir einmal ganz tief ein. Wie wir alle wissen und es auch aus der Presse entnehmen können, der Fachkräftemangel hat sich in den letzten Jahren immens verschärft und im Moment sieht es auch nicht so aus, als ob sich da die Lage etwas entspannt. Würdest du sagen, aufgrund deiner Expertise, das ist eher ein langfristiges Problem, was wir beheben müssen? Oder würdest du sagen, naja, so ein, zwei Jahre Durststrecke und dann ist alles wieder tutti paletti? Ja, also Fachkräftemangel, sage ich immer, gibt es nur für den Betrieb, der das für sich akzeptiert. Es gibt natürlich einen verschärften Wettbewerb in bestimmten fachlichen Richtungen, die sehr stark nachgefragt sind, also zum Beispiel Digitalisierung oder IT-Fachkräfte, weil durch die Digitalisierung sehr viele Betriebe die gleiche Kompetenz eigentlich benötigen für ihren Geschäftsbetrieb. Und somit gibt es eine immer stärkere Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Und somit gibt es natürlich schon diesen Fachkräftemangel auch, aber am Ende gibt es natürlich Mittel und Wege, wie man sich als Unternehmen dort auch im Wettbewerb durchsetzt und dann hast du keinen Fachkräftemangel mehr. Jetzt hast du die Digitalisierung angesprochen. Das ist ja genauso ein großes, spannendes Thema. Im Moment überschlagen sich auch die ganzen News zu den ganzen künstlichen Intelligenz-Software-Entwicklungen, die es auf dem Markt gibt. Viele haben Angst, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Also Chat-GPT kann programmieren, Dolly kann Bilder kreieren, D-ID kann mittlerweile sogar Moderatoren entwickeln. Also es ist gerade eine ganz große Unsicherheit auf dem Markt. Wie geht denn diese voranschreitende Digitalisierung auch mit dem Mangel an Fachkräften zusammen? Also die Digitalisierung führt erstmal dazu, dass in fast jedem Betrieb es eine höhere IT-Kompetenz braucht. Wenn man sich früher überlegt, da gab es irgendwie, man hatte sein Kerngeschäft und dann brauchte man auch ein bisschen IT. Und wenn die IT ein Problem hatte, hatte man nur ein Problem in IT, aber nicht im Kerngeschäft. Heute ist das im Mittelstand so, dass jedes Geschäftsmodell, ganz gleich in welchem Bereich, Dienstleistung produzieren oder sowas, nicht nur abhängig von der IT, sondern IT durchsetzt und getrieben ist. So, das heißt, durch diese Entwicklung gibt es eine stärkere Nachfrage erstmal nach IT-Kompetenz und Digitalkompetenz. Weil eigentlich jede Tätigkeit irgendwas mit Software zu tun hat zum Beispiel oder mit Systemen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer mehr Automatisierung. Also Chat-GTP zum Beispiel wird natürlich auch Berufsbilder verändern. Das ist ganz klar und es werden ja auch noch andere Tools mit künstlicher Intelligenz oder Automatisierungstools, das geht ja gerade erst richtig los. Das heißt, manche Berufsbilder werden sich sehr stark verändern, aber natürlich werden diese Tools wieder benutzt von Menschen, um bestimmte Ziele zu erreichen, um bestimmte Geschäftsprozesse besser zu machen oder erfolgreich zu machen. Und somit wird dort eher noch höhere Anforderungen an das, was vielleicht so ein Mensch dann mit diesen Tools macht, entstehen. Und ich glaube, da wird der Wettbewerb noch richtig intensiv werden, weil mit den Tools alleine es nicht gehen wird. Ja, irgendjemand muss es ja bedienen und künstliche Intelligenz kann ja auch nur arbeiten, wenn Human Intelligence dahinter steht. Genau. Die großen Profiteure, wenn man das so sagen kann, von Fachkräftemenge sind unter anderem auch Jobportale. Denn da schnellen die Anzeigen in die Höhe. Ja klar, je mehr Betriebe Fachkräfte benötigen, desto mehr schreiben sie Anzeigen, weil sie hoffen, dass sich dann mehr MitarbeiterInnen von anderen Firmen vielleicht bewerben. Was aber auch in die Höhe schnellt, sind die Preise. Es wird immer teurer und ja, damit haben die Jobportale auf den ersten Blick erstmal einen ganz großen Vorteil. Wie effizient ist es denn eigentlich heutzutage noch, eine Stellenanzeige zu schreiben? Also man muss sich überlegen, was will man erreichen? Ja, ich möchte ja bestimmte Menschen für meinen Betrieb gewinnen. So, und das wollen ganz viele andere Betriebe auch. Und wenn das so ist, dass Menschen gute Jobs haben und eigentlich ganz viele Betriebe das Gleiche wollen, gibt es einen sehr, sehr hohen Wettbewerb. Und das führt dazu, dass die Zielgruppe, die man erreichen will, nicht auf aktiver Jobsuche ist oder nur ganz, ganz selten. Und Jobportale setzen natürlich voraus, ja, dass ich proaktiv auf diese Portale gehe und dass ich dort auch wirklich mit der Idee, ich möchte vielleicht meinen Job verändern, mir Stellenanzeigen angucke. Und ganz ehrlich, Stellenanzeigen, ich glaube, es gibt nichts viel langweiligeres, ja, sage ich immer, ne, so. Und das heißt, die Zielgruppe, von denen, die gesucht werden, ja, von den Unternehmen, ist nicht aktiv auf der Jobsuche. Und deswegen funktionieren diese Jobportale auch immer weniger in bestimmten Bereichen und für eine bestimmte Zielgruppe, weil eben das voraussetzen würde, dass Menschen proaktiv dahingehend auf der Jobsuche sind. Es ist eigentlich nur andersrum. Es ist wie so ein Eisberg. Oben, der kleinste Teil ist aktiv auf der Jobsuche. Das sind aber häufig auch gar nicht die, die dringend benötigt werden. Also wo dieser Fachkräftemangel wirklich die mittelständischen Betriebe pressiert. Sondern das ist eigentlich der große Unterbau des Eisbergs, ja, die sind vielleicht latent offen für eine Veränderung, aber wissen es heute zum Beispiel noch gar nicht. So, und wenn du jetzt zum Beispiel gar nicht daran denkst, den Job zu wechseln, aber ich spreche dich an und zeige dir Möglichkeiten auf, dann würdest du vielleicht heute Abend ins Bett gehen und sagen, wow, heute früh dachte ich noch gar nicht an einen Jobwechsel, aber der Christian hat mich erreicht, meine Aufmerksamkeit gekriegt, hat die ersten 1, 2, 3 Sekunden überlebt und hat eine Spannungskurve gebaut. So, und um deine Frage abschließend zu beantworten, die Jobportale boomen noch, ja, weil natürlich auch die Hilflosigkeit groß ist. Das heißt, die Betriebe haben begrenzte Tools, die sie so kennen. Das hat die letzten 10, 15 Jahre immer gut funktioniert. Und man schraubt jetzt einfach Volumen hoch, weil man denkt, irgendwo fische ich noch einen ab. Aber wenn man sich das, was ich gerade gesagt habe, vergegenwärtigt, merkt man auch, dass man sich sehr genau überlegen muss, ob es überhaupt sinnvoll ist, in dem gleichen Teich mit diesen gleichen Dingen zu fischen oder ob es, finde ich, vielleicht ganz andere Mittel und Wege gibt, die Zielgruppe zu erreichen. Ja, da frage ich dich direkt, du hast gesagt, du erreichst mich dann irgendwann und ich denke darüber nach, Mensch, der Christian hat mir irgendwie so einen neuen Floh ins Ohr gesetzt, ich will meinen Job wechseln. Wie erreichst du mich, Christian? Oder andersrum gefragt, was sind denn bessere Alternativen, um MitarbeiterInnen, ja, erst mal irgendwo zu finden und auch zu überzeugen, dass mein Unternehmen doch noch besser ist, als das Unternehmen, wo die gerade arbeiten. Genau, ich meine, wenn du dir überlegst, du wirst ein paar digitale, soziale Medien nutzen, ja, da hast du ein paar Channels, weiß nicht, TikTok vielleicht oder jeder benutzt irgendwie. Aber LinkedIn, der Klassiker. Oder Instagram oder Facebook, was auch immer, LinkedIn oder Xing. Aber jeder hat so seine zwei, drei Tools, die er benutzt mit unterschiedlichen Ausrichtungen. So, und dort bist du natürlich auch erreichbar, dort bist du auch sichtbar. So, und die Frage ist natürlich, wie schafft ein Unternehmen erst mal Sichtbarkeit, dass du sie sehen kannst. Wie schafft ein Unternehmen, ist deine Aufmerksamkeit für eine Sekunde zu bekommen, denn in der Sekunde entscheidest du, flippst du weiter oder bleibst im Moment dran. Und in den nächsten zwei, drei Sekunden muss man es schaffen, ein Interesse anzuerzählen, sodass du langsam dich interessierst, ja. Und das ist eigentlich das Entree, was dazu führt, dass ich proaktiv dich erreichen kann und dir etwas erzähle, was dich interessiert. Und dazu möchte ich die Zielgruppe kennen. Ich muss in der Zielgruppe den Kanälen Sichtbarkeit erlangen und ich muss es schaffen, diese Aufmerksamkeitskurve zu starten und zu bauen. Die darf nicht abreißen, ja. So, und das ist ganz wichtig. Und das ist ein ganzheitlicher Prozess. Und da reicht es eben nicht, nur irgendwo Anzeigen zu schalten, ja. Das funktioniert nicht mehr. Wenn ich mir jetzt mal eine Personalabteilung anschaue, dort sitzen Mitarbeiter, die ihr Daily Business machen müssen. So eine Stellenanzeige schreibt sich auch nochmal ganz schnell. Aber ist es nicht zu viel verlangt von diesen Menschen zu sagen, hey, ihr müsst aktiv jetzt euch mit Social Media auskennen, ihr müsst wissen, wie Kampagnen funktionieren. Wäre auch richtig cool, wenn ihr vielleicht noch einen tollen Videografen an der Hand habt, der vielleicht auch einen super Imagefilm von unserer Firma kreiert und dann versuchen, auf ganz neue, innovative und digitale Weise Menschen zu finden fürs Unternehmen. Das kann doch nicht funktionieren, oder? Genau. Und das ist auch das Problem. Ja, also dieser Fachkräftemangel, den gerade mittelständische Betriebe beklagen, da stößt die Personalgewinnung wirklich an Grenzen. Weil es hat sich, die Erfolgsrezepte für Gewinnung von Fachkräften, von Expertinnen und Experten, hat sich in den letzten fünf Jahren grundlegend geändert. Ganz einfach. Der Wettbewerb um die ist viel stärker geworden, Nutzerverhalten hat sich komplett geändert und somit musst du auch deine Strategie komplett verändern. Und das haben viele Betriebe gar nicht getan. Auch einfach deswegen nicht getan, weil die HR-Abteilungen diese Kompetenz natürlich auch nicht haben. Woher sollen sie sie auch haben? Und da reicht es ja nicht, dass man weiß, wie Facebook funktioniert oder sogar ich mal eine Facebook-Anzeige schalte. Das ist, wenn es hochkommt, ein guter Puzzlestein, womit vielleicht deine Zielgruppe angesprochen werden kann. So, das ist das Erste. Das Zweite ist die ganzen, also dieser Satz, so lass HR mal machen. Das habe ich ganz viel aus dem Mittelstand gehört von Geschäftsführern, Unternehmern. Ja, aber Personalgewinnung muss doch HR machen. Das ist doch nicht mein Thema. Aber die merken langsam, dass eigentlich Personalgewinnung Chefsache geworden ist. Weil es braucht einen ganzheitlichen Ansatz. Es reicht nicht mehr nur ein Employer-Branding oder eine Anzeige oder sowas zu denken oder vielleicht auch nur eine Agentur oder zwei hinzuzuziehen. Die merken, dass das nicht mehr reicht. Sondern da müssen Dinge ineinander greifen. Denn du musst dein Unternehmen in der Zielgruppe positionieren und musst einen Gesamtprozess haben, damit du den, den du willst, auch einstellst. Und auch du hast eben noch mal so Jobportale angesprochen und Stellenanzeigen. Also wenn du dir wirklich mal Stellenanzeigen anguckst, ja. Es gibt ja, es ist ja, das meiste ist Copy-Paste, ne. Weil HR auch häufig nicht richtig gebrieft wird von den Fachabteilungen. Man schreibt so alles rein und man denkt gar nicht in der Zielgruppe. Und wenn ich dir einen Meter Text hinlege, hast du Lust, den zu lesen? Wir lesen ja kaum mehr viel. Das heißt, ich muss es schaffen, in ersten zwei, drei Sätzen genau in deinen Gain- und Pain-Points zu denken. Das heißt, ich muss dich sehr gut kennen. Ich muss genau wissen, was dich interessiert, womit ich dich abholen kann. Und das kann ich nicht treffen, wenn ich die Zielgruppe nicht richtig verstanden habe. Und das ist so ein bisschen eigentlich das, worum es geht. Also es ist Chefsache, weil du brauchst wirklich ein ganz anderes Vorgehensmodell. Das ist am Ende leichter, als man denkt. Aber man muss die Veränderung wollen. Man muss wirklich bereit sein, zu verändern. Und die Veränderung kann nicht lauten, noch zwei Jobportale oder noch drei Recruiting-Agenturen oder irgendeine Marketing-Agentur, die mal eine schöne Facebook-Kampagne macht. Also das kann man sich an den Zahlen angucken. Die Dinge fallen wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn sie nicht ineinander greifen. Und viele Betriebe haben sehr viel Geld ausgegeben schon und sehr viel Zeit investiert und nerven. Und die Konvertierung von Menschen, die sich durch Kampagnen oder so interessieren, bis zur Einstellung ist extrem schlecht. Das heißt, die Kosten pro Neueinstellung sind sehr, sehr hoch. Und am Ende, wenn die Betriebe ehrlich sind, schaffen sie es häufig auch nicht, die A-Kandidaten für sich zu gewinnen, sondern stellen den ein, der am Ende von ihrem Prozess noch da ist. Und das ist nicht immer die beste Wahl. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, du hast gerade gesagt, diese ellenlangen Stellenanzeigen, aber auch der ganze Bewerbungsprozess. Kann ich mich in ein, zwei Klicks bewerben? Oder muss ich vielleicht wirklich noch ein Anschreiben fertig machen, Daten zusammensuchen? Und je komplizierter das ist, desto weniger hat ja auch eine Fachkompetenz Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen geben wir unseren ZuschauerInnen jetzt Lösungsansätze an die Hand, denn du bist Experte. Wie kannst du denn ganz konkret Unternehmen dabei helfen, die offenen Stellen zu besetzen? Was machst du? Genau, also wir sind ja auf dem Mittelstand fokussiert und auf den Bereich vor allen Dingen IT und Digitalkompetenz, weil das ist so das große Thema, wo es den Betrieben am, oder sehr schwer fällt, Menschen für sich zu begeistern. Und wir bauen für die Betriebe einen Gesamtprozess auf. Da geht es um diese Themen, also Sichtbarkeit, Erreichbarkeit der Zielgruppe, Ansprache und dann eben auch den Prozess, wie du richtig gesagt hast. Ganz häufig sind dort eben noch auch Mindsets vorhanden oder Einstellungen oder Glaubenssätze, die natürlich aus der Vergangenheit rühren. Also wenn ich jetzt Unternehmer bin, ja, und ich sage, Mensch, ich habe hier ein Unternehmen aufgebaut, ich trage hier die Verantwortung für 200 Leute, jetzt kann es doch nicht sein, dass ich mich hier beim IT-Leiter oder einem IT-Administrator oder Software-Developer bewerben muss. Also ich biete doch hier den Job, ne? Kann man total verstehen. Nur, wenn der Softwareentwickler natürlich jede Woche 10, 20, 30 Mal angeschrieben wird und mit einem Schnips auch wirklich einen Top-Job kriegt, da muss man sich die Frage stellen, okay, wenn ich den aber jetzt trotzdem brauche, wie setze ich mich da durch? Und das heißt, ich arbeite sehr stark mit Führungskräften auch, um denen zu erklären, wie der Markt mittlerweile ist und das Mindset insofern zu verändern, dass die nicht in Widerstand dazu gehen und sagen, ah, diese Fachkräfte, ich verstehe das Verhalten nicht mehr, die wollen doch nicht mehr arbeiten und hat mir wieder einer abgesagt und so weiter, sondern Spaß daran zu haben, um diese Zielgruppe sich genauso zu bemühen, wie man sich um die besten Kunden bemüht. Ich sage immer, Vertrieb macht ja auch Spaß, das bist du gewohnt, sonst hättest du deinen Betrieb ja nicht aufgebaut. So, aber genauso viel Spaß solltest du uns machen, um die besten Talente für dein Prinzip zu kämpfen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie unterwürfig wird, seine Position verliert oder eine Rollenumkehr stattfindet. Im Gegenteil, man kriegt das ganz anderes zurück, weil du wirst die besten Leute anziehen und das wird auf Augenhöhe stattfinden. Du willst ja keinen einstellen, der am Ende unterwürfig durch die Matte gekrochen kommt und sagt, danke, dass du mich einstellst, ich finde sonst keinen Job. Dann möchtest du ja Menschen auf Augenhöhe. Genauso wie du mit deinen Kunden, du willst Kunden auf Augenhöhe, du willst nicht der Dienstleister sein. Und genauso willst du ja auch mit Partnern auf Augenhöhe kommunizieren. Und das ist ganz wichtig, das heißt, wir bauen denen eigentlich ein komplettes Programm auf, wo es darum geht, die Einstellung zu verändern und natürlich dann auch das Thema, wie kriege ich Bewerbung und wie stelle ich ein. Das sind eigentlich die zwei wesentlichen Bereiche. Das eine ist der Bereich Outreach und der andere ist Konvertierung. Wie stelle ich die auch wirklich ein? Da könnten wir jetzt über viele Details reden im Interviewprozess, was da alles schiefgehen kann und wie leicht man es eigentlich auch ändern kann, wenn man drum weiß. Und du hast natürlich eine ganz andere Energie, du bist positiv eingestellt, weißt du, das ist dein Business, worum du dich kümmerst. Das Unternehmen kann das machen, was es am besten macht. Und bevor man sich in das alles einarbeitet, selbst, es kostet so viel Zeit und Aufwand und Mühe und nochmal Mitarbeiter, dass sich das ganz schlüssig anhört. Christian, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Hat mich sehr gefreut. Und wenn du wieder Lust hast, komm uns gerne besuchen. Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch. Dankeschön. Danke.